Ich bunke meinen hart verdienten Mindestlohn in meinem Elefantenschwanz penetriertem Inkognipo. Ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun, denn ich habe ein Kalb mit der Latte eines Zauns verhauen. Ich ramm mir der Schlampe mit fetter Schweinewampe in der Ghetto-Platte meine riesen Latte in den Bauch. Nebenbei angemerkt ist mein sexueller Viehtrieb ein Ferkelswerk. Im Mediamarkt sorge ich für ein Riesenspektakel, denn ich befriedige mich mit einem abgetrennten Riesententakel. Die Securities kommen und wollen was sagen, doch die Saugnäpfe verschlagen ihre Sprachen. Jetzt werde ich meine Großmama besuchen. Im Gepäck versteckt sich ein großer Walnusskuchen. Ich stopfe ihn hier rein, zwangsweise energisch, denn diese faltige Schlampe ist gegen Walnüsse allergisch. Nun gleicht sie stark einem Michelin-Mennel. In ihr Schlauchboot stopfe ich meinen Schwengel. Sie erstickt qualvoll an meinem lüsternen Gehänge. Ich flüstere erlau Oma, nachdem ich sie in die Luft sprengel.